So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Eine neue News-Folge, denn das nächste Event wurde angekündigt. Wir wussten ja alle, dass nächste Woche ein Event losgeht, das uns auch am Wochenende was erwartet, was mit Ultra-Bestien zu tun hat. Wir wussten, die Spezialforschung mit Cosmo geht weiter und wurde ja schon oft geleakt, dass man sich wohl entscheiden muss, ob man jetzt Lunala oder Solgaleo entwickelt aus der Spezialforschung heraus, man sich für eins wohl entscheiden muss, aber man ja später irgendwie vielleicht auch die Möglichkeit kriegt, mehrere Cosmo zu bekommen, um dann auch das Gegenstück zu bekommen. So, Astralfinsternis, sei die Stars der Astralfinsternis, das wollen wir uns jetzt mal ganz kurz angucken, das wurde nämlich eben gepostet, ich glaube 15 Uhr oder so. So, Trainer, erstmal ein super geniales Bild, was ihr auch als Thumbnail hier habt, mit der Kamera stimmt wirklich was nicht, sehe ich gerade, man sieht das Kacke aus. Sei die Stars der Astralfinsternis, ihr seht ein zweigeteiltes Bild, einmal tagsüber, einmal abends, da ist auch gleich die wichtigste Frage natürlich, was gefällt euch besser und für was werdet ihr euch entscheiden? Solgaleo oder Lunala, da bin ich mal gespannt, mein Favorit steht glaube ich schon fest. Trainer, ein Wunschtraum geht in Erfüllung, kosmische Pokémon, wir nennen es jetzt nachfolgend einfach komische Pokémon, komische Pokémon erscheinen bei der bevorstehenden Astralfinsternis. Was ist das? Cosmovum kann sich nun entwickeln, könnten seine Entwicklungen uns beim Kampf gegen die Ultrabästien unterstützen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden, Trainer, let's go! So, Astralfinsternis, vom Mittwoch, den 23. November, wo auch Anego in die Raids kommt, 10 Uhr bis Montag, den 28. November, also theoretisch eine halbe Woche, bis 20 Uhr, Montag 20 Uhr, Mittwoch 10 Uhr bis Montag 20 Uhr, Pokémon-Debüt, das Sonnenkreis Pokémon Solgaleo und das Mondscheiben-Pokémon Lunala zeigen sich zum ersten Mal in Pokémon GO. Für 100 Cosmog-Bomboms könnt ihr Cosmovum tagsüber zu Solgaleo entwickeln und nachts zu Lunala. Für welches dieser beiden werdet ihr euch entscheiden und warum? Ich finde eigentlich, dass Solgaleo irgendwie stabiler, prächtiger, größer wirkt, während Lunala einen richtig hässlichen Kopf hat. Solgaleo ist eigentlich auch hässlich, aber irgendwie doch noch ein bisschen prächtig. Ich werde wohl tagsüber dann versuchen, Solgaleo zu entwickeln, vor allem, weil ich nachts eh immer vergesse, was zu entwickeln und dann ist es schon wieder tagsüber, deswegen, ich werde mich auf jeden Fall für Solgaleo entscheiden. Steht hier auch als erstes dabei, ist auch weiß, ist edel und deswegen würde ich mich für die Sonne entscheiden. Ich habe genug schwarze, dunkle Wolken in meinem Leben, da möchte ich mal ein bisschen Sonne reinbringen. Nehmt ihr auch Solgaleo? Schreibt es rein. Nehmt ihr Lunala? Wenn ja, warum? Spezialforschung. Die nächsten Kapitel der Spezialforschung, ein komischer Kumpane, werden freigeschaltet. Welchen neuen Geheimnissen steht ihr wohl mit Cosmovum Ri und Professor Willow gegenüber? Werdet ihr sie lüften können? Ultra Bestien Ankunft weltweit, Sonntag, 27. November, von 11 bis 17 Uhr. Das ist dann extra. Also das Event geht bis Montag, aber am Sonntag gibt es trotzdem von 11 bis 17 Uhr ein paar Ultra Bestien Raids, wozu es auch nochmal einen extra Artikel gibt, den ich vielleicht dann auch nochmal extra in einem extra Video mache, aber das dann glaube ich am Dienstag. Ihr werdet wahrscheinlich alles von allen heute erfahren, aber das machen wir dann extra. Da gibt es nämlich auch ein super Bild, was ich euch nicht vorhin halten möchte. So, merkt euch also Sonntag von 11 bis 17 Uhr gibt es ein spezielles Raid Event, wo wohl alle Ultra Bestien, die bisher da waren, wieder kommen. Also wer da was verpasst hat, kann da was mitnehmen. Ob das jetzt wirklich so ist, sieht man also, wenn man auf Ultra Bestien Arrival kommt. Das sieht nämlich so aus, aber das zeige ich euch in einem extra Video. Nebula Himmel. Werft auch einen Blick in den Himmel, denn während der Astralfinsternis könnt ihr zum ersten Mal in dieser Jahreszeit den Nebula Himmel bestaunen. Wilde Pokémon. Während des gesamten Events, also von Mittwoch bis zum Montag. Alola Radfratz, Alola Sandan, Pipi, Alola Wulpix, Sterndu, Hutu, Sonnenkern, Luna, Stein, Sonnenfeld, Somniam, Waumball, Lilminip, Mangunior. Kann alles Shinies sein bis auf Lilminip? Sonderlich interessante Pokémon sehe ich jetzt hier nicht unbedingt. Ja, Pipi vielleicht für GBL interessant oder Sterndu für den zusätzlichen Sternenstaub sehr interessant. Wer noch Shinies braucht von einem der Pokémon, freut sich natürlich. Ansonsten die Spawns jetzt eher unscheinbar für mich. Vielleicht beachte ich auch was nicht. Ihr seid ja schlau. Ihr könnt mir dann schreiben, was euer Lieblingsspawn oder Pokémon hiervon ist. Ich finde Sterndu wahrscheinlich am besten, weil Sterndu ohne ein Event so gut wie gar nicht mehr auftaucht. Du es einfach gar nicht mehr siehst, es trotzdem ein Kando-Pokémon ist. Ich liebe die erste Generation. Damit ist man aufgewachsen. Sieht gut aus. Das ist Oldschool und der Zusatzstaub, der schmeckt. Auf was freut ihr euch? Schreibt es mal rein. Raidkämpfe gibt es natürlich auch. Raidkämpfe der Stufe 1. Driftlon, Quabbel, beide Versionen. Iskala Wuffels. Wer also noch Shiny Wuffels braucht, könnte sich da vielleicht einen sichern. Quabbel bekommt man ja das Blaue nur aus der GBL. Wer also in der GBL kein Glück hatte, könnte sich jetzt wenigstens für den Eintrag ein Blaues holen. Iskala hat auch seinen Forschungstag gehabt. Driftlon gab es jetzt erst zu Halloween die ganze Zeit. Finde ich jetzt auch nichts Berauschendes dabei. Raidkämpfe Stufe 3. Tentoxa, Shadrago, Hisui, Wasakwil. Wasakwil hat auch seinen Raid Day. Shadrago, sehr genial. Wer das Shiny noch nicht hat, vielleicht macht ihr da ein paar Raids oder so. Oder stürzt euch im 5er Raid auf Anego. Anego müsste eigentlich das beste, WP stärkste auf jeden Fall, Pokémon von den Ultrabestien sein. Gab es ja zum weltweiten Go-Fest. Dann mal ganz kurz. Jetzt kommt das offiziell nochmal in die Raids. Da es nicht Shiny sein kann, werde ich trotzdem weiterhin meine 2 täglichen Raid-Pässe nur nutzen. Außer am Mittwoch in der Raid-Mania von 18 bis 19 Uhr zur Raid-Stunde werde ich mich von euch einladen lassen. Und mit euch eine Stunde lang aktiv raiden. Falls das Hunder da kommt, okay. Wenn nicht, egal. Wird gewartet, bis das auch mal Shiny sein kann. Gleichzeitig in den Mega-Raids taucht Mega-Hundemon auf. Wir haben ja gerade noch Mega-Garados drin gehabt. Da haben bei Raids für Zuschauer auch ein, zwei Leute noch einen gemacht, um die Energie voll zu kriegen. Wir werden sicherlich einmal an Nego-Raids anbieten. Vielleicht an einem Sonntag gemütlich mal an Nego-Raids, wo zusätzlich auch Mega-Hundemon geradet wird. Muss ich mal gucken. Erste Woche vielleicht noch nicht, weil da ist am Sonntag ja eh dieses Ultra-Biest-Arrival. Das ist zu viel kompliziert, wenn da alles durcheinander hängt. Deswegen lieber kein Ultra-Biest-Arrival machen. Aber eben Mega-Hundemon an Nego, mal ganz normal, weil die so da sind. Die anderen werden sicherlich auch irgendwann mal wiederkommen und auch mal länger kommen. Seht ihr jetzt mit an Nego, kommt ja auch jetzt wieder in die Raids. Pokémon bei Feldforschungen. Eventbezogene Feldforschungsaufgaben werden verfügbar sein. Sternen gibt es daraus, auch als schildernes Exemplar. Mehr Sternen alles. Es gibt wieder Sammler-Herausforderungen, bei denen man auch mit Sternenstaub überschüttet wird. Und es gibt neue Avatar-Artikel. Lunala-Flügel, Solgaleo-Maske, Lunala-Hose, Solgaleo-Schule, Galaxy-Socken. Wenn ihr davon was braucht, kleidet euch ein, gebt euer Geld dafür aus. Ansonsten waren das die News. Also Raids finde ich nicht interessant. Spawns finde ich nicht interessant, dass man hier einmal entwickeln kann. Das ist auf jeden Fall cool. Ich freue mich dann, ein Solgaleo zu haben. Ihr freut euch vielleicht auf Lunala. Wie gesagt, schreibt es rein. Für was werdet ihr euch entscheiden? Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.